Hallo und herzlich willkommen auf dem Kanal von EagleEyes. Heute möchten wir, wie versprochen, ein kleines Special starten, wo ihr die Chance habt, das neue iPhone 6 mit 16 GB in Space Gray zu gewinnen. Gleich folgen die Teilnahmebedingungen. Ihr müsst mindestens 18 Jahre alt sein oder als Minderjähriger die Zustimmung eines Erziehungsberechtigten haben. Um teilzunehmen, müsst ihr lediglich eine E-Mail an special-at-eagle-ice.de mit dem Betreff iPhone 6 Special schicken. Ihr solltet in der E-Mail erwähnen, warum gerade ihr das iPhone 6 gewinnen solltet. Die Verlosung endet am 12.10.2014. Unter allen eingesendeten E-Mails wird per Zufall der Gewinne ermittelt. Solltet ihr gewonnen haben, erhaltet ihr in der Woche vom 13.10.2014 eine E-Mail von uns, mit der Bitte uns, eure Adresse mitzuteilen, damit wir euch den Gewinn auch zuschicken können. Der Gewinnername wird von uns in gekürzter Form auf unserer Facebook-Fanpage veröffentlicht. Ein Beispiel dafür wäre, aus Max Mustermann wird Max M. Eine Barauszahlung oder Übertragung der Preise ist nicht möglich und eine Mehrfachteilnahme ist ausgeschlossen. Bei einer Teilnahme stimmt ihr unseren Teilnahmebedingungen zu. Wir hoffen, die Aktion hat euch gefallen, drücken allen Teilnehmern die Daumen und wünschen euch viel Glück. Bis zum nächsten Mal, euer E-Gleis-Team.